in diesem video möchte ich euch einen trick zeigen wie ihr afk leveln könnt um euer battle pass zu leveln oder euer konto level und außerdem könnt ihr die storm in der waffe ganz easy auf borealis fahren ihr müsst die storm in der waffe ausrüsten am besten nehmt ihr noch einen goldenen schlüssel und goldene panzerplatten um das ganze zu vereinfachen und danach geht ihr ins spiel wenn ihr dann im spiel seid dann sucht euch einen durchhalten auftrag am besten in der zone 1 dann aktiviert den auftrag und begebt euch zur markierten stelle und aktiviert das png und jetzt spielt ihr so lange bis ihr ungefähr 90 prozent erreicht habt und danach drückt ihr auf die taktik karte und bricht die mission ab wenn ihr die mission abgebrochen habt dann werden durchgehend noch zombies spawnen und die kommen dann meistens von einer richtung also sucht euch ein spot wo die von einer richtung kommen wenn ihr einfach irgendwo in der ecke steht dann kann es sein dass die zombies euch auch bewerfen und deswegen suchen wir uns eine treppe gehen die treppe hoch und dann kommt die zombies halt immer von der treppe nach oben hier könnt ihr dann einfach stehen die waffe hat unendlich munition auf pecker punch stufe 3 und gold in der ersten zone könnt ihr hier bis zum ende leveln falls ihr auf konsole spielt mit einem controller dann macht einfach ein gummiband oder so auf eure schießen taste klemmt das ein so dass er durchgehend schießt und falls sie am pc spielt könnt ihr euch im makro einstellen so wie hier im video dass die waffe automatisch von selbst schießt das könnt ihr dann die ganze zeit machen so könnt ihr eure storm medal leveln und allgemein xp sammeln um eurem battle pass oder euer konto zu leveln und kurz bevor die zeit abläuft leute müsst ihr einfach exfiltrieren gehen damit ihr auch die xp bekommt und das war's dann auch mit dem kurzen video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da und schreibt mir die kommentare und wenn du in zukunft nichts mehr verpassen willst dann kannst du jetzt gerne ein kostenloses abo da lassen und die glocke aktivieren damit du immer auf dem neuesten stand bleibt danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video ciao